Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine liebte Community. Heute in dem Video geht es mal um das Thema Sockel zum neuen Addon The War Within. Dort geht es richtig, richtig heiß ab und das möchte ich euch nämlich heute hier einmal ein bisschen zeigen und natürlich auch was erklären, denn es gibt eine neue Sockelart und da muss man ein kleines bisschen was zu beachten. Also anerstes können wir nämlich hier schon mal hingehen, wir können hier uns nämlich diese sogenannten Sockel alle auch erwerben. Da haben wir nämlich mal die ganzen neuen Sockel, die hier so ein bisschen den Primärwert erhöhen und immer zusätzliche Fähigkeiten uns geben, wie kritische Effekte sind erhöht, maximales Mana ist erhöht, Movement Speed wird erhöht und Co. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Das Ganze können wir immer erhöhen, indem wir unterschiedliche Sockel reinpacken. Bis zu einem Maximum von 5%, das sind wir hier oben rechts, Effektivität von kritischen Treffern um 5% erhöht. Das ist dieser eine Sockel, den man einzigartig nämlich anlegen kann. Das heißt, um den zu stacken, dass sich der Boni erhöht, muss man einen grünen, also einen Smaragd nämlich sockeln, man muss einen Onyxia-Stein sockeln, einen Rubin sockeln, einen Saphir sockeln und zu guter Letzt noch einen Bernstein-Sockel machen. Und dann stackt das Ganze. Jetzt geht das Ganze aber weiter. Das hier ist ultra krass. Man sieht es hier gerade. Wir haben jetzt hier drei ganz normal, standardmäßig, wie man das mittlerweile kennt, natürlich in der Halskette drinnen. Da haben wir schon so ein bisschen was geändert. Im späteren Verlauf natürlich kann man auch wieder ganz normal Items bekommen mit in den Händen, im Kopf, Handschuhe natürlich ebenfalls, im Gürtel. Jetzt wird das Ganze aber interessant, warum das Ganze eigentlich gar nicht so kompliziert ist, das Ganze hier zu füllen. Denn wir können hier, wie ihr seht, die Ringe mit Sage und Schreibe schon mal drei Sockel aufwerten. Und das Ganze geht dann später nämlich so über die hervorragende Juwelierfassung. Damit können wir nämlich Sockel in die Halskette bis zum Maximum drei reinpacken. Und ebenfalls auch bei den Ringen können wir maximal schon drei Sockel reinpassen. Das ist natürlich richtig, richtig heftig. Da holt man richtig viel raus. Wenn man dann später noch bedenkt, dass hier auch noch in den Händen, in dem Gürtel, auch in den Handgelenken und Co. auch wieder Sockel sein können, dann wissen wir, wo die Reise da auf jeden Fall hingeht. Da geht die Reise in die richtige Richtung. Da holen wir richtig viel mit den Sockeln hier auf jeden Fall raus. Genauso geht das Ganze nämlich auch später noch mit Verzauberungen. Man kennt diese ganzen klassischen Verzauberungen, wo man jetzt zum Beispiel sowas wie 35 Crit und Co. Meisterschaft und Vielseitigkeit natürlich bekommt. Das sind so die ganzen Standardsachen. Aber jetzt gibt es auch neue Verzauberungen, die einfach sehr, sehr nice sind. Und gerade für das Thema Ringe. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel Ring. Verfluchter, kritischer Trefferwert. Das ist sehr nice. Da gibt es unterschiedliche. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel, uns wird 110 Tempo entzogen. Dafür bekommen wir aber als Gegenleistung 375 kritischen Trefferwert. Wir können also indirekt so ein bisschen umspielen. Wir haben vielleicht zu viel Tempo. Wir wollen aber mehr Meisterschaft haben. Und dann können wir das Ganze hier mit diesem Ring, mit diesem Verzauberung machen. Hier verlieren wir zum Beispiel Vielseitigkeit wieder. Gewinnen aber wieder mehr Tempo. Hier zum Beispiel verlieren wir wieder Meisterschaft. Bekommen aber dafür wesentlich mehr Vielseitigkeit. Finde ich sehr nice. Wenn man jetzt so überlegt, okay, ich brauche gar nicht so viel Versa, aber ich brauche mehr Meisterschaft oder so. Dann können wir das mit diesem Verfluchten Ringverzauberung auch noch gegen kontern. Dann persönlich schon mal sehr, sehr nice. Kann man sich nicht beschweren. Ja, heißt, wenn ihr vielleicht im nächsten AirDawn schon mal ein bisschen Gold machen wollt, dann lohnt es sich vielleicht sogar den Beruf Juve zu machen. Dann könnt ihr die Juweliersfassungen hier machen. Dann könnt ihr dafür sorgen, dass die Leute schon mal ihre teuren Sockel hier bekommen. Die großen, diese Hauptsockel, die dann die Bonis geben, plus natürlich die kleinen Sockel, die dann eher ein bisschen am Anfang uninteressant sein werden, die vielleicht nicht ganz so viel Trinkgeld geben werden. Aber gerade die großen Sockel hier, da bin ich mir sicher, da wird einiges an Trinkgeld rumkommen. Genauso auch hier die boshafte Juwelierfassung. Damit können wir PVP-Gegenstände, nämlich Sockeln, Helme, Amulette, Armschienen, Gürtel und auch Ringe. Können wir das Ganze auf PVP-Gear auch noch verwenden. Auch dementsprechend dahingegen sehr, sehr, sehr nice. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal mitteilen, dass ihr da so ein bisschen schon mal dran denkt und schon mal so seht, in welche Richtung sich das Ganze hier mit den neuen Sockeln nämlich ausbaut. Und ich finde das persönlich eine sehr, sehr geile Richtung, dass man da wieder so einen Sockel hat, der Primärwert hat, aber halt auch einfach bestimmte Sachen für uns erhöht. Wenn das kurze Informationsvideo diesbezüglich euch natürlich zum neuen Addon schon mal gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Da wisst ihr, meine Freunde, Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schirmchen. Und bringt diesen Kanal hier natürlich voran. Wenn ihr diesen Kanal natürlich auch noch unten rechts auf Abonnieren drückt, seid ihr immer auf dem Laufenden rund um das Thema World of Warcraft, Tipps, Tricks, Guides und Informationsvideos. Wir werden jetzt so viel wie möglich aus der Beta rausnehmen, es in YouTube schön verpacken, dass ihr Content habt, dass ihr bestmöglichst natürlich vorbereitet seid. Wir werden auch schrittweise immer weiter. Wir sind heute einige Dungeons schon gelaufen, haben uns eigentlich fast jedes Dungeon hier schon mal angeguckt, alle Bosse gespielt. Wir werden gucken, wir werden Guides machen. Alles, was halt so rundum zum neuen Addon auf jeden Fall anfällt. Ansonsten bleibt natürlich alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Dabeisein. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken.